Hallo zusammen, hier ist der Gregor vom Pfotenteam und ich zeige euch hier das neueste Video von Billy von heute an der Wiese. Hier seht ihr Billy mit Pflegefrauchen Andrea und Pflegehund Bailey. Die beiden sind ein Herz und ein Seele. Bailey freut sich sehr sehr über ihren OP Billy und umgekehrt auch. Billy geht es sehr viel besser. Er hat sicherlich natürlich auch weniger Schmerzen, weil wir ihm Schmerzmittel geben gegen seine Arthrose, gegen seinen verletzten Zeh. Er macht regelmäßige Spaziergänge, ist ziemlich fit, zusammen mit Bailey und den anderen Hunden von Andrea, die jetzt heute hier nicht dabei sind. Er liebt das Wasser. Wenn wir ihn hier nicht an der Leine gehabt hätten, er wäre sofort in die Wiese gesprungen. Also Andrea sagt, er springt in jede Pfütze, in jeden kleinen Bach und ist einfach eine Wasserratte, egal wie kalt es draußen ist. Ja, es geht ihm wirklich besser. Wir suchen tatsächlich immer noch eine Endstelle für ihn, aber momentan ist er bei Andrea und da geht es ihm gut. Und da wird er auch tierärztlich überwacht und beobachtet. Er ist wesentlich freundlicher, fröhlicher geworden. Anfangs war er ziemlich traurig und hat natürlich sein früheres Faulchen vermisst. Er schaut so wie jetzt gerade immer mal wieder ziemlich lange in die Weite und in die Ferne und bellt dann mal Runde an, die weit entfernt sind. Aber es geht ihm tatsächlich viel, viel besser wie früher. Und wir freuen uns über eine gute Bewerbung für ihn, für einen Endplatz. Ein coastal women?" Seid mich zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Es geht ihm weiter Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020